Ciao meine Freunde! Nun, was ich hier mache, ganz einfach, ihr seht es schon am Bild. Ich mache ein kleines Ankündigungsvideo und zwar werden wir vielleicht gleich um 20 Uhr streamen. Eigentlich habe ich das vor, was wir genau machen, kann ich nicht sagen. Das wird spontan entschieden. Und je nachdem natürlich viele Leute da sind, wenn es viele Leute da sind, können wir doch eine Qatschrunde machen. Aber sonst zocken wir irgendwas. Ich guck mal, was ich da so raussuche. Also Leute, denkt daran, 20 Uhr, wenn wir auf Twitch vorbeischauen. Adresse unten in der Beschreibung Also, vielleicht sehen wir uns dann